Immer wieder haben wir die Frage bekommen, was ist eigentlich eine VTG und wie funktioniert sie? Das verrate ich euch in diesem Video. In unserer Videoreihe Turbolader einfach erklärt, den Link findet ihr übrigens in der Videobeschreibung, haben wir euch ja die Unterschiede zwischen externen und internen Waste Gates und der Form der Ladedruckregelung erklärt. Was wir aber nicht gezeigt haben, ist der Unterschied zwischen VTG, was eine Form der internen Waste Gate Regelung ist, ich jetzt mal vorsichtig diese formuliere, und zwischen der klassischen Waste Gate Klappensteuerung auch intern. VTG heißt Variable Turbinen Geometrie, im Englischen VNT Variable Nozzle Turbo Charger und ist im Prinzip eine komplett andere Funktionsweise als die Klappensteuerung. Die Unterschiede will ich euch mal an diesen beiden Gehäusen zeigen. Das hier ist eine klassische Waste Gate Klappensteuerung. Das heißt, das Abgasgehäuse hat im Auslass eine Öffnung, wo Abgase zusätzlich, die aus dem Krümmerbereich in den Sammler kommen, des Turboladers, vor der Turbine abgeleitet werden ins Hosenrohr, damit der Turbolader eine gewisse Drehzahl halten kann, beziehungsweise nicht überdreht. Die Klappe öffnet sich und schließt sich über ein Gestänge, was mit einer Druckdose verbunden ist. Diese Druckdose ist unter Druck gesteuert. Das heißt, wenn der Ladedruck steigt, bewegt sich die Klappe langsam auf, bis der gewünschte Ladedruck erreicht ist. Das führt dazu, dass ich meinen Ladedruck unter Vollgas halten kann. Bei der VTG ist es ziemlich anders, aber irgendwie auch ein bisschen gleich. Hier habe ich ein Abgasgehäuse mit einer VTG-Steuerung. Dies ist schon eine etwas moderne Steuerung mit extra VTG-Korb. Was das ist, zeige ich euch gleich. Das Prinzip bei der VTG ist komplett anders. Es gibt keine Klappe. Allerdings, die Ansteuerung findet weiterhin über eine Druckdose oder bei modernen Fahrzeugen über einen elektrischen Steller statt. Das Prinzip ist einfach erklärt. Ich habe hier einen VTG-Korb, wo Schaufeln drin eingesetzt sind. Diese Schaufeln lassen sich verschieben. Und zwar über den Hebel, der von der Rumpfgruppe hier rankommt und dann mit einem Steller oder der Druckdose verbunden ist. Und dieser Hebel regelt sozusagen die Stellung der Schaufeln. Und zwar ist folgendes. Wenn die Schaufeln ganz flach stehen, das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die Schaufeln stehen jetzt wie als Kreisform, nicht rein in den Diffusor vom Turbinenläufer, sondern gerade. Dann befinde ich mich entweder im Leerlauf oder im Teillastbereich oder in der langsamen Beschleunigung. Denn diese Schaufeln verkleinern den Bereich, wo die Abgasmenge durchkommt. Das heißt, dadurch, dass dieser Bereich kleiner ist, müssen die Abgase ihre Geschwindigkeit erhöhen, um in derselben Zeit weiterhin am Turbinenläufer anzukommen. In dem Fall am Turbinenrad. Das führt dazu, dass ich praktisch gar kein Turboloch mehr habe oder mein Turboloch verringere. Denn anders als hier sorge ich dafür, dass die Geschwindigkeit der Abgase immer konstant leicht bleiben. Wenn ich jetzt Vollgas fahre und der Ladedruck langsam erreicht wird, dann stellen sich die Staufeln auf. Was passiert dann? Richtig, der Bereich hier drin wird größer. Es wird mehr Volumen geschaffen. Mehr Raum für die Abgase. Damit nämlich die Geschwindigkeit gleich bleibt. Ein Riesenvorteil der VTG ist also die Verringerung des Turbolochs. Was natürlich jedem Turbofahrer zugutekommt. Denn wir wissen, das Ansprechverhalten beziehungsweise die Fahrdynamik leidet mit einem größeren Turboloch. Gleichzeitig ist die VTG auch nutzbar oder aktiv im Schubbetrieb, also bei der Motorbremse. Und weil der ganze Turbolader beziehungsweise die Abgas- und Ladedruckregelung wesentlich effizienter funktioniert, verringert sich auch der Ausstoß der Schadstoffanteile. Warum kommt das hauptsächlich nur beim Dieselsegment vor? Durch die Schaufeln ist natürlich hier ein gewisser Bereich gegeben, wo ich nur arbeiten kann. Im Benzinerbereich habe ich oft das Problem, dass ich sehr hohe Abgasmengen habe, viel höhere Temperaturen. Das System ist hier wesentlich anfälliger. Allein die einzigen Stellglieder könnten klemmen oder verschleißen. Und mir sind natürlich physikalisch auch meine Grenzen gesetzt der Ladedruckregelung. Eine Klappe hier an sich kann ich immer noch mal ein bisschen größer fräsen, das Loch, und ich kann eine größere Klappe reinmachen und hätte somit noch mal mehr Abgase, die ich praktisch ausschieben könnte. Ich weiß, dass bei Porsche, beim Benzinerbereich, beim 911er Turbo, ich glaube ab 997, VTG-Turbolader verbaut wurden. Relativ selten. Es ist auch sehr schwer, das Ganze im Benzinerbereich abzustimmen. Aber es gibt es sozusagen auch im Benzinerbereich. Es ist aber relativ selten. Jetzt ist vielleicht eure Frage, kann ich denn eine VTG bei mir einfach einbauen? Zum Beispiel, wenn ich einen Benziner habe? Nein, das funktioniert natürlich nicht. Ich weiß, man kann über eine freie Einspritzanlage und über ganz bestimmte Steuerungsmodule könnte man das umbauen und ansteuern und auch abstimmen. Aber dafür müsste man sehr, sehr viel Software, technisches Ingenieurswissen haben und auch die Möglichkeiten dafür. Auch in diesem Segment kann ich nicht sagen, ich fahre jetzt den Motor X und will jetzt praktisch die VTG-Steuerung vom Motor Y draufbauen, funktioniert auch nicht so einfach. Das ist auch der Grund, warum wir immer nur Originallader umbauen als Upgrade für Serienmotoren. Denn nicht jeder hat die Möglichkeit, einen größeren Turbolader zu verbauen mit einer vollkommen anderen Ladedruckregelung, die dann wiederum angepasst und abgestimmt werden muss. Zusammengefasst, VTG ist im Dieselbereich bis heute am meisten vertreten. Angesteuert bei den ganz modernen Fahrzeugen über einen elektronischen Steller. Im Benzinerbereich sind wir immer noch vorwiegend bei der klassischen Klappenlösung, weil sie eben aufgrund der Abgasmengen und auch der Hitze- und Leistungsbereiche, in denen Benzinmotoren arbeiten, einfach besser funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären, was VTG ist. Wenn ihr trotzdem weiterhin Fragen dazu habt, schreibt in die Kommentare oder kontaktiert unseren Technik-Support. Bis zum nächsten Video. 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 Vielen Dank.